Hallo und willkommen zu einer Folge an Dezember. So, wir gehen wieder weiter ins nächste Gebiet, die Trockenwurzel-Berg-Kante. Sieht sich auch wieder sehr uninteressant an eigentlich, aber... Ich hab auch mal, ob wir uns jetzt hier in dem Gebiet denn hier... ...kann als Bruder stellen oder so. Auf jeden Fall meine letzte Folge war ja auf jeden Fall noch am Ende, weil wir noch eine Szene mit ihrem Bruder da... ...sie meint ja selber auch denn, dass wir uns jetzt langsam an dem mal stellen müssen. Wir haben ja auch die nächste Story hier, was war noch? Von Ilya. Die Schreiber! Wrore! 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 Ich weiß nicht was passiert, aber du muss man durch etwas Schroes als ich gemacht hat. Wrore! 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 Du bist nur ein von mir! Der Kampfer hat mich nur... Ich habe nur etwas Fischungen! Wrore! Wrore! Ich kann nicht sehen, aus dem einen Augenblick. Was habe ich gemacht, um das zu verdienen? Warum haben diese 12 Gäste immer mich in der Flüge? Jeder, der glaubt in die Gäste, ist das gleiche. Hypokriterien. Wrore! Wrore! Ich werde niemals glauben in jemanden, wieder! Das sage ich nicht. Nicht alle Gäste von 12 Gäste sind schrecklich. Was ist schrecklich, ist diejenigen, die ihre Hoffnung in die Gäste als ein Schrecklich. Das sage ich nicht. Ich bin hier, um sich aus diesen Menschen zu entfernen. Was ist dein Name? Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Das sagen wir dann. Das sagen wir auch. Ja. Ich werde dir dann wie ... Das sagen wir, was ihr sagt. Was sagt das? Ich bekomme ... Er war einина altes Freund der Zodiac Master. Der Mann, die von der Kaptein Lascarine in dieser Lachraminer kam, war Ilja. Der Unfall. Das 85. Er war der Zodiac Master von Mt. Inepse. Ich wundere mich aber ... Warum er die Lachraminerieronkmalen auf eine Brze, die niemand redet? Langeweile? Was musst du da tun, wenn du so mächtig bist? Wenn du bist so ein Sternbildmeister, wenn du nichts zu tun hast oder so, und dein Hobby brauchst du ja. Ich denke, sie hat ja gedacht, dass die Berge mit ein paar Steinschatten voll sind. Das ist der Baum. Das ist der Baum, den wir von oben gesehen haben. Weil oben haben wir schon gesehen, das ist schon ein Bossraum. Da ist er wieder ausgerüstet. Wir sind da ganz außen rumlaufen, das ist ja toll. So, und ich versuche den Korb, das heißt nächste Story. So, und jetzt suchen wir den Korb. So, ich versuche den Korb. So, ich versuche den Korb. Was ist hier? Was ist das? Also, Hero may be dangerous for you due to the frequent fog. I made it so that Longfellow can clear the fog using the power of ruins. Longfellow will be your eye and your companion. By the powers of the Twelve Gods. And by the name of your friend, Ilia. Oh, I'm sorry, I'll go back to this. I'm sorry... And a boss. I'm sorry. Also, I'm sorry for a random boss. I'm sorry for the boss. I'm sorry to call the boss. Warum hast du das gemacht, Laskarina? Hast du einen Denev mit Longfellow? Denevs sind ein Symbol von Miraceti. Das ist ein Sacrilege! Einige Dinge kann nicht in diesem Weltraum helfen, Ilya. Ich brauche Geld, wenn ich ein neues Haus werde. Und es gibt keine Denevs, dass Denevs wert ist. Jeder weiß, dass sogar Ganita ihre Hand hat. Niemand entscheidet, ob es ein Sacrilege ist oder nicht. Was ist wichtig ist, dass unsere Gelegenheit heute. Von jetzt auf werde ich meine eigene Leben leben. Und ich benutze alles, was ich kann. Including die 12 Gäste. Komm mit mir, Ilya. Du solltest auch die Gäste vergessen. Es gibt viele Dinge, die ich dir zeigen. Meine Freunde und mein schönes Land. Laskarina. Hört sich jetzt irgendwie nicht so an, als wenn wir jetzt am Ende noch Freunde waren eigentlich. Hört sich jetzt irgendwie nicht so an, als wenn wir jetzt am Ende noch Freunde waren eigentlich. Aber... ... Das ist jetzt die, die bei ihrem Bruder war. Lantos. 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 Die Rune Hunter ist mit euch ja, oder Cyprus. Lantos. Lantos. Das wäre eine Wuchtbar-Kgrammärkte. Lantos. 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 Das wenn Los膩 so anfingen. Na komm mal her. Ja, Bruchstab weg, was soll das? Oh, das ist ja noch lauter. Okay, bist du ja etwas bereut, damit du Scheiben sehen würdest. Ah, die war jetzt irgendwie ganz schön enttäuschend. Die konnte ja gar nichts. Achso, gutes Gespräch. Wohne Hunter. Achso, danke. Wir können doch mal mit ihr reden. Aber nicht hier, sondern im Lager. Ich erwartet, dass die König nach uns kommen. Aber ich wusste nicht, dass Lady Antos an sich aus meiner Brüder war. Lady Antos ist sehr nahe mit Cyprus. Sie hat immer mit meinem Brüder gearbeitet. Ich bin sicher, Cyprus noch nicht, was mit Lady Antos passiert. Ich wusste nicht, wie er reagiert würde, wenn er ihn so gefunden hat. Wird er seinen Blank-Stare, wie er mit mir in der Vergangenheit hat? Oder wird die Zeit, die sie zusammen haben, inspirieren ein wenig Schmerz in ihm? Was ist sicher, ist, dass Cyprus nach uns mit noch stärkeren Nights kommen. Wir sollten so viel Distanz von ihnen, als wir noch können. Und wir sind jetzt zurück. Tropfstein oder? Der hat's kriegen. Alles klar. Das ist einfach noch ein komisches Zeug hier. Das ist ja f... Hä? Mein Gott. Boah. Das war irgendwie strange, was immer das hier dastehen soll. Ich werde Licht. Feuer oder Wasser immer. Ich sehe den Schüler der Verachtung. Was leider nicht? Alles explodiert sich einfach nicht? Was leider nicht? Alles explodiert sich einfach nicht. Lass ihn noch weiter weg sein, ne? Was war es, was ich von anderen Leuten wollte? Liebe? Kinship? Affirmation? Ich noch nicht mehr wissen, selbst nach all diesen Jahren. Warum werden die Leute weiterentwickeln, und uns zu schüttern? Es ist okay. Ich will nicht mehr wissen. Es ist besser, dass ich so lange bleiben, und ich will nicht mehr verletzen. Der Weg wird erleuchtet. Sollen wir bei der Weglache vorbeischauen? Wo? Lass mich weg! Wenn ich jetzt noch gestorben werde, dann muss ich mich aber... Geh, gert. Auf der Peleport. Schüttel in die Wand. Schüttel in die Wand. Schüttel. will ever be able to find me in this darkness here i'll be able to exist with the 12 gods a place of complete good with no now let's go to sleep so that i won't think of anything else just concentrate on following the divinity within myself i'm sure the 12 gods will grant me a warm and happy dream a dream of happiness that i can't reach on my own rune hunter i don't know if you remember me saying this but i too had nights where i hated myself the ilia i saw in the lachryma reminds me of that time the night i was denounced by the count for not killing cyprus the knights of arkris are evaluated on their swordsmanship and ability by aiming at each other's hearts there are no exceptions to this rule even for our closest companions we must learn to remove personal emotions and serve the will of arkris the knights who are pierced in the heart during the evaluation are collected and born again from the hands of my mother the next day just like how i was reborn countless times with the same appearance every time i was stabbed and killed by cyprus it's funny i always had happy dreams before i was reborn of all the good memories i had with cyprus ja und danach wahrscheinlich nicht mehr so okay aber hier geht es erst wieder morgen weiter dann wieder für zuschauen und bis zum nächsten mal